da oben links ist irgendwie ein hebel da kann es glaube ich abstellen einfach treffen macht eine fliege okay ich finde der hätte sich jetzt noch halten können aber okay der super man hat glaube ich nicht so viel drauf das ist eine idee finde ich jetzt auch so beeindruckend okay der schild stellt sich besser an als superman aber ich habe gar nicht geguckt welches level die haben zwei und drei mal glaube ich das ist ein bisschen unfair kann ich supermann rausfliegen zum teufel er ist schon fast bei 200 passiert er hat sich selber getötet der superman oder geschossen so geht es auch aber so schon die ganze zeit gehabt der bild hat wir zudem gehen damit er uns austragen kann oder so ich weiß nicht ich habe einen erfolg geteilt es leid ist halbes leid ich weiß nicht das soll ja eigentlich ich bin wirklich auch ausgeflogen wird ja nein so geht auch hühnchen haben sich diesmal ein bisschen besser angestellt aber ja eigentlich keine chance irgendwie habe ich immer abgeschossen in der luft konnte irgendwie nicht mehr sich retten zurück wenn man kein schlechter gewinner sein ein tost auf uns dann hat mir tost geschenkt du hast mir zugezwinkert ja ich werde ich ja warum auch nicht näher ist ja weil ich weiß nicht wie der markt für gold ist ist jetzt selber wertvoll als gold im moment weil sie nicht schon sagt er kann ich nicht raus da ist noch nicht dass er gut spielen kann dann kommen wir jetzt haben wir den wir sind normalerweise immer eingeschränkt hat in der schatten boxen ich habe das in meinen raumschiff reingeflogen sandwich ich habe kein getroffen mein gott geht mal weg hier mal auf aufstand irgendwie machen die sich nicht so gut ich habe aber dann gibt es mir ja gerade frei dann wird supermengest entwischt Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh Okay Lock on Ah Die Kryptonien sind die größten Feinde der Mariana Aber ich fliege jetzt auch gleich raus Die kommen wir an, die kriegen wir hier hin Wenn ich in so einer Staubwolke bin, dann müsstest du eigentlich verdrücken kann, damit du da rein mit rein kannst Ich sehe irgendwie kaum wieder in angefeiert Ja Ich sehe immer nur als Sandwich Hahaha Das ist mein Markenzeichen Lass ich mir auf den Arm tätowieren Und auf den Arsch hier mal sehen Ähm, Daniel? What? Morty, ich konnte den nicht mehr angreifen Also der ist jetzt gerade in den Abgrund bei mir gelaufen Naja, bei mir auch Ist halt jetzt nur bei mir so eine Sache gewesen oder so? Ne, das war mir auch im Abgrund gelaufen Ich hab, der ist gelaufen und ich wollte den Angriffen, aber eine Angriffe sind durch den durchgegangen Ich hab keine Ahnung, das war keine Fähigkeit oder so Aber der sein Muskeln Arm setzt der ein Ich hab gar nicht geguckt, welches Level die Damen sind Einer war, ich glaube, Level 11 Und einer war irgendwie, weiß nicht Drei oder vier Jetzt habe ich zum Beispiel die Knollwölke eingesetzt Ich habe auch keinen Bock mehr Ich hab noch die Sandwich, die Kniebeswirte zu sandwichen Aber der hat nicht mehr Wie sie ganz nah links gelaufen ich nehme alleine kann ich all deine fähigkeiten ausrüsten was gerade drei ausgerüstet und ein schild damit aber jetzt hat er alle was das spiel ausgeträgt harleys level 21 ja die kann uns wahrscheinlich alleine fertig machen wir haben da jetzt besser perks heißt hier wir du okay wenn du besser bist dann bin ich auch wieder die stapeln sich doch deine werden doch mal auch besser ja mein fehler er schickt mich mit seinem handtäschchen und er macht einen high five bereit pass auf wir hatten der sie geschrieben mädchen der finden wir machen nämlich viel schaden da habe ich erledigt ich gehöre dir doch nicht du bist vielleicht ein niederwitz wählen aber aktuell bist du bei niederwitz auch die fällig ja etwa knapp ich hatte 38 was machst du denn dann nicht zu uns da kommt steve noch mal nein ich bin so wieder du bist ja ich bin da typische trickstrategie wieder er steht da hinten macht nix ich glaube ich mich aus ich glaube schon raus war dankeschön habe ich in die andere richtung geboxt supermann hat er ist ziemlich gut er hat der fliegt ja der lässt mich nicht in ruhe verfolgen hier glaube ich sogar die team strategie der hat mich ja ja also jetzt mal die strategie ist rick bleibt hinten bei uns die ganze box zum zweck ich kenne mich einfach nicht ja 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 ich weiß was davor ist ja 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 du bist wütend aber die haben mich gerettet ich habe einen erfolg stimmungskanone spiele 100 matches in einer truppe irgendwie ist bei mir eingefroren er hat mich gefressen das wagen er wollte mich in den ab dem abgrund laufen mit mir ich kann jetzt sagen meine technik zu probieren ein rage die ganze sachen von mir die einheilen ich glaube schenki tut die ganze zeit bauen der hat mich sandwich stampfer die wolke bei mir kicken lassen ganz ehrlich ich habe gerade stimmungskanone bekommen ich versuche ich komme nicht an den leck mich hin leck mich er hat irgendwie besser laufen können ich habe die ganze zeit versuchten anzugreifen die blöde tante hat mich nicht vorbeigelassen da ist ja alles irgendwie schneller bin ich merke jetzt kein unterschied ganz ehrlich ich merke dass wir auf die fresse kriegen aber nämlich getreten nachdem ich seine scooby snack vergessen ja klar frisst aus seine sachen würde ich auch machen wenn du mein sandwich ist aber ich komme nicht dazu irgendwann zu machen das gefühl kenne ich ich komme dazu was zu machen aber nur weil die sich wahrscheinlich auf dich konzentrieren oh gott der hat mich aus meiner ich komme nicht dazu ist da hat mich da habe ich gleich auch aber weg von mir na gehen nicht zu kämpfen ist unschön das gefühl weil ich werde meint er war ich habe nicht gekriegt dann ist noch keiner von den ausflug jetzt aber ich glaube wir müssen fünf sammeln da können wir wie unsere neutrale spezial machen und dann machen wir den ihr schaden macht so schwer herzen sammeln die waren auch nicht besonders stark ich habe dafür glaube ich da damit der partner die zahlen angehalten kann ja ich kann ich kann dabei nichts machen wenn ich da mache ich wurde eingefroren vor liebe das ist gefährlich wenn die gegner haben er kriegt zur weise nicht so trocken der kerl er klingt richtig gut wenn jetzt mal langsam redet ich hasse das wenn ich mir den nagel abbrechen jetzt fliegt du tante du nervst war nur ein herz jetzt ist er sehr sehr direkt mit einem beispiel schläger was ich mich zeigen wünschen ich will dich sandwich daniel doppel sandwich ich weiß ja jemand raus bevor die mich raus schmeißen ich bin weg ja 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 ich mag meine sachen gut gehört jemand der nimmt mehr schaden oder so wenn er ein chicken ist oder so ich bin ja du bist nicht da aber du bist nur sehr sehr verletzt ich sehe schon jetzt aber gerne damit ich meine flagge über deine flagge platziert ich kann damit eine ecke stehen ich kriege gerade übel auf die fresse ja ich auch noch bis ich bin ganz liegen gegangen bekommen auch die ganze zeit herz jetzt haben wir uns fertig gemacht jetzt nicht mehr reingekommen ja ich habe auch elektrizität bin hat sich selbst umgebracht jetzt einfach ich glaube der hat schon aufgegeben ich glaube findet auch aufgegeben der bewegt sich nicht ich finde er ist einfach an mir vorbeigehen und ist in den abgrund gerannt vorhin das ist schon scheiße wenn man so schön und gut ist der test der hat in der rakete an sich gebunden deine rakete die mal mit dem blauen faden an den verbunden sie hat den verfolgt bisher der einzigste mit der rakete hat mich gefressen aber nach geht jetzt hier suchen genau das meine ich hatte sich an den dran geäftet irgendwie und noch mal er wollte mit seiner ketten säge auf mich los ich habe in der luft eingefangen damit alles gut ja ich wollte den abgrund hier mit meinen elektro schocker ja so abglocken damit er nicht mal hoch kommt ein bisschen geholfen jetzt hat er mich ja wie schnell ich habe ein entjungferte habe sich jeden fall so angehört ich will nehmen wird mir fällt gerade auf ich bin die ganze zeit dieses herz dinge normal spielen aber ich meine ich habe schon ganz vergessen gab nein ich bin nun also lange wir spielen so bis 19 uhr so ja auch noch gar der stürge gut hat er hat es so gesagt hat er 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 hat mich da kann man aus ausreichend manchmal komme ich da irgendwie raus die machen er uns fertig da bin ich aber auch ganz schön auf die herzen er war ich da drin gemacht aber wir liegen weiter ja das ist nicht wirklich ein satz aber okay ja das ist ein ordner und adventure time das habe ich sechs freunde die nur koreanisch spricht keine ahnung wie so einordnwesen wie freundin von jake irgendwie spricht die noch koreanisch ich war gerade meine flagge da reinpacken ich bin gesprungen habe mich dadurch eliminiert gegen die wir haben keinen bock wir sind denen zu schlecht jetzt vier kels gegen uns gemacht ich habe einen sollte erledigt ich habe die alle kaputt gemacht